so heute schauen wir uns mal den zweiten schritt in der akttherapie an und dabei geht es um das aufleuchten dieses normals in unserem bewusstsein wenn wir also uns hier das hexaflex anschauen dann sehen wir das muss das ja wegkriegen dass wir zuerst selbst als kontext also den das selbst als unsere umgebung anschauen dass wir also erkennen wer bin ich eigentlich wie weit geht man selbst bin ich eigentlich wirklich begrenzt auf den kopf oder bin ich begrenzt auf den körper und wenn wir da tief genug reingehen dann sehen wir dass wir in uns selbst nur offenes bewusstsein finden dass wenn wir unsere begrenzung loslassen das heißt wenn wir aufhören daran zu glauben wenn wir wirklich mal erforschen wie unsere wahrnehmung der welt und unser selbst ist dann erkennen wir dass die gesamtheit unserer erfahrung der welt und von uns selbst eine totalität ist also es gibt nichts außerhalb unserer erfahrung das ist eigentlich ein gemeinplatz natürlich kann es nichts außerhalb unserer erfahrung geben das ist nun mal so sonst würden wir es nicht erfahren und diese gesamtheit erfahrung hat keine unterscheidung zwischen ich innerhalb und außerhalb und nicht ich das selbst als kontext heißt also alles was ich erfahre von der welt noch die fernen berge alles spielt sich in meinem bewusstsein ab und nur das was sich in meinem bewusstsein abspielt kann für mich wirklich sein also auch die welt erscheint in meinem geist anders gesagt der körper erscheint für eine weile aber mein geist bleibt ungewegt das ist also das selbst als kontext was wir unten sehen in diesem hexaflex hexagramm und oben sehen wir dann kontakt mit dem gegenwert im moment herstellen und das ganze können wir uns auch noch einfacher vorstellen wenn wir hier das triflex anschauen dann sehen wir dass diese beiden pole über die wir jetzt reden eigentlich oben ist das der erste schritt dann gehen wir hier auf diese seite wo wir die innere arbeit beführen in unserem coaching und heilungsprozess und dann gehen wir in richtung aktion tappen also hier geht es nicht nur darum dass wir uns ständig selbst bespiegeln und selbst herausfinden was wir wollen sondern dass wir erst mal erkennen wer bin ich eigentlich wie kommen wir jetzt aber zu dem nächsten schritt nämlich den gegenwärtigen moment zu finden wir könnten natürlich so denken dass wir denken der gegenwärtige moment ist immer nur ganz kurz und es gibt unendlich viele momente die alle kommen gehen kommen gehen kommen gehen und wenn ich auch nur ansatzweise versuche da rein zu gehen dann ist dieser gegenwärtige moment den ich eben noch berührt habe schon wieder verschwunden wenn wir aber tiefer gehen erkennen wir dass es nur einen einzigen moment gibt und dass die idee von vielen momenten so nicht stimmt was zeit ist es eigentlich nur dass wir das ereignisse kommen und gehen und dass unser körper in unserem spiegel den gesehen durch die welt altert aber das was du bist altert eben nicht das ist eben die entscheidende erkenntnis zu gehen wir jetzt also den zweiten schritt hier wir haben erkannt ich bin offenes gewahrsein im letzten video jetzt gehen wir mal versuchen wir mal den gegenwärtigen moment zu finden wie schaffen wir das den gegenwärtigen moment zu berühren schließe bitte deine augen und nimm einfach mal wieder dieser totalität deine erfahrung war an der welt und von dir selbst und versuche auch zu erkennen dass es dort keine trennung zwischen dem was außerhalb und innerhalb erscheint existiert dass es dort sowas nicht gibt du hast also die totalität einer erfahrung es ist eine offene eine offene erfahrung ein offener raum von dem nichts ausgeschlossen ist lädst alles mit ein jetzt bitte ich dich mal so tief zu sinken dass du erkennst dass dieser moment keine zeit kennt dass dies der einzige moment ist den es gibt das ist alles was von der zeit wirklich ist du bist hier in sicherheit in diesem moment musst aufhören zu denken darüber was ich sage und das einfach von dem standpunkt eines persönlichen gewahrseins heraus wahrzunehmen das heißt aus dem gedankenstrom heraus zu gehen und in das örtliche gewahrsein zu erwachen von diesem örtlichen gewahrsein was in deinem kopf ist das unbegrenzte gewahrsein zu erleben und dann eben diesen moment zu berühren der immer der gleiche moment ist und dies ist für das ego langweilig aber für dich ist es eine gute nachricht dass du frieden finden kannst dass du sicherheit finden kannst dass weder die vergangenheit noch die zukunft dich bedrohen kann weil dieser moment sich in gott ihm in der quelle des universums abspielt dies ist dein tor zur ewigkeit hier kannst du den garten betreten der in deinem herzen ist und hier geht es auch in meinem coaching darum dass dich dahin zu bringen und von mir aus dich zu öffnen dir auch deine wunden anzuschauen deine traumata das alles hochkommen zu lassen in der im schutz dieses moments wichtig ist eben dass du erkennst okay ich kann diesen berührten moment wirklich berühren und er vergeht einfach nicht der ist immer da im hintergrund wie auch mein geist immer da ist und du kannst es diesem frieden dieses moments erlauben dich zu durchdringen und zu heilen also diese offenheit das gleichzeitige loslassen die offenheit zum licht hin wie auch immer du das licht nennen magst letztlich kannst du diesen weg nicht gehen wenn du dich weiterhin als abgespaltenes teilchen identifizieren möchtest das ziel von act therapy mein coaching und meine heilung ist dass du dich wieder als teil der schöpfung sich sei im netz der schöpfung gehalten und ob du von gott sprichst oder nur von der quelle wovon im leben das ist die überlassen also wenn dich das interessiert guck dir bitte auch das nächste video an oder melde dich bei mir wenn du es mal selbst machen möchtest Wovon im